Hallo, ich habe euch wieder auf mein Schwingel-Stativ hier draufgestellt. Das wackelt nämlich immer gern hin und her, aber die perfekte Einstellung so. Das andere ist zu hoch und das ist genau so richtig, wie ich es gerne haben möchte. Aber es wackelt enorm hin und her, mir dagegen kippert ihr von links nach rechts. Kein Problem. Also mein Mann ist jetzt weg. Der ist nach Hamburg gefahren, hat morgen früh einen Termin. Deswegen schläft er in Hamburg heute. Und genau, das lässt mir jetzt ein bisschen freie Zeit, dass ich mein Video abdrehen konnte. Mein Ärger-Video, mein Ankündigungs-Video auch. Schaut euch das gerne an, damit ihr schon mal Bescheid wisst. Und ja, jetzt würde ich aber gerne noch ein Beauty-Video drehen, weil mir fehlt eins für morgen. Und das mache ich vielleicht gleich. Ich weiß noch nicht genau, ich würde auch ganz gerne noch mit Miley raus. Und ich muss noch ein bisschen putzen hier oben. Das würde ich auch gerne machen, bevor es dunkel wird. Allerdings würde ich auch gerne das Beauty-Video drehen, bevor es dunkel wird. Aber ich habe gar keinen Plan, dass sie überhaupt drehen sollen. Deswegen muss ich mir noch mal ein bisschen überlegen. Vielleicht können wir ja noch mal in unsere Schminkkiste greifen. Weil ich bin ja noch mit auf der Suche nach so einer Augenbrauen-Geschichte. Wollen wir da noch mal ein bisschen reingucken? Ich hätte jetzt mal Bock drauf. Ich habe hier nämlich noch richtig viel im Kasten drin. Wir haben ja eigentlich gar nicht so richtig letztes Mal weitermachen können. Irgendwie war das alles, glaube ich, zu lang. Und dann würde ich mal sagen, gehen wir dann auch mit Miley raus, weil Miley würde ich auch gerne noch mal rausbringen. Also das ist jetzt der Kasten. Und da würde ich gerne mal mit euch reingreifen. Und ich weiß, dass hier noch richtig viele schöne Dinge drin sind, die ich noch mit euch auspacken wollen würde. Hier habe ich eine Mascara. Was ist das denn für eine Mascara? Das ist die gleiche, die ich eben weggeschmissen habe. Ich habe eben so eine weggeschmissen. Wieso ist die jetzt schon wieder hier drin? Oder habe ich die da wieder reingemacht? Letztes Mal nicht weggeschmissen. Aber ich habe doch eben... Nee, die habe ich da wieder reingeschmissen. Warum das denn? Bin ich blöd oder was? Wahrscheinlich. Was ist das hier? Das ist auch so ein Lippenstift ohne Deckel. Aber den habe ich, glaube ich, in meiner Druckerie gekauft, oder nicht? Also den muss ich, glaube ich, ansorgen, wenn ich den Deckel nicht für eine eigentlich schöne Farbe finde ich. Und dem auftragen. Ich will aber gar nicht so viel auftragen heute. Vor allen Dingen ist mein Spiegel da hinten. Das war der Nähmaschinenfuß. Meine Nähmaschinen muss ich auch sauber machen. Ja, jetzt habt ihr da so schön gestanden eben. Und jetzt wummelt ihr hier wieder hin und her. Ja, mal gucken, ob wir das nochmal wieder hinkriegen hier. Ja, ich glaube schon. Nee, also es ist auf Messerschneide, ja. Nein, ich bestattet ihr besser, Mensch. So, kommt. Nicht besoffen werden. Ihr seid zu weit weg jetzt. Aber jetzt hält die Fensterbank das ein bisschen. Was nicht so schlecht ist. So, und sehe ich mich ja nicht. Aber warum steht denn da keine Firma drauf? Habe ich das wieder aus China geholt, oder was? Brille ist auf. Ich suche meine Brille. Nee, da ist nichts drauf, Leute. Ist ja komisch. Aber egal, machen wir jetzt drauf. Der ist nämlich ganz schön, guck mal. Aber schon mega alt, ne? Aber hübsch. Schmeckt aber auch nicht gut. Schmeckt sehr künstlich. Da versuche ich mal einen Deckel zu finden, weil der Nagellack gefällt mir, äh, Nagellack, Lippenstich gefällt mir richtig gut. Und, äh, Lippenstich sind hier ganz viele drin. Was ist das? Von, vom 1 Euro Laden. Mal gucken, ob der noch in Ordnung ist. Eine Mascara. Ja, das ist eine im Braun, wie man sieht. Geht aber noch. Deswegen, aber ich brauche ich jetzt nicht. Ich habe noch eine. Ah, hier ist wahrscheinlich der. Ne? Genau, das wird da sein. Und dann kann ich mal gucken, welche Firma das ist. AP2. Carrie Kiss Lip Balm. Der gefällt mir gut. Den stelle ich mal hier hin. Der glänzt so ein bisschen und ist eigentlich richtig schön. Was ist das? Auch von PS. Das ist einer von Primark. Den würde ich auch gerne mit euch einmal ausprobieren. Dann müssten wir hier mal was abschminken. Nehmen wir mal wieder diese Tüche hier. Ja, es ist ungefähr halb acht. Und ähm. Bevor es dunkel ist, ich war noch mal gut draus. Also können es jetzt nicht verpasst. Das riecht gut nach Vanille. Schön, aber ich bin ja immer auf rosa, ne? Habe ich hier alles voll geschmiert. Aber das ist auch schön, oder? Der glänzt nicht, aber ist auch sehr schön. Aber wir machen jetzt hier nicht so viel. Also Mascara und so mache ich nicht drauf. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Der ist auch schön. Gut, dann haben wir Anastasia Beverly Hills. Wo habe ich den her? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Mach ich mal da drauf. Der riecht künstlich, also weiß nicht, wie ich den her habe. Also ob das mal ein echter ist, ich weiß ja nicht. So ein Lipstick. Ziemlich trocken. Aber eigentlich ganz schön, oder? Ja, aber es geht nicht richtig in die Falten. Guckt mal. Richtig in die Falten geht da. Nee. Das bleibt mal drin. Jetzt habe ich hier noch einen von... Also ich denke mal, dass ich die alle mal aus China gekauft habe. Also aus diesen China-Shops könnte ich mir mal vorstellen. Der ist ganz schön. Aber den mag ich gar nicht. Geh den mach ich ab. Der ist jetzt so... Der ist jetzt so... Der geht überhaupt nicht ab, Leute. Der ist jetzt so... Orangestechig. So. Jetzt kommen wir noch. Was ist das? Das ist bestimmt aus einer Box gewesen. Auch ein Lipstick. Focaloire. In der Nummer 07. Keine Ahnung. Riecht noch nichts. Aber das ist so ein braunen Ton. Brauntöne mag ich ja gar nicht. Auch ein Lipstick. Würde dann so aussehen. Gibt schönere, ne? Was ist das? Von Tyson. Ich glaube, das ist ein Lidschatten. Oder? Der riecht auch nicht gut. Also ich könnte mir mal vorstellen, dass es ein Lidschatten ist. Weil der so glitzerig ist. Soll ich das mal auf die Augen machen? Ich wollte gar nicht so wie ausprobieren. Oh, guck mal. Jetzt habe ich mir den Scheiß überall hingeschmiert. Überall im Gesicht habe ich mich vollgemacht. Typisch ich. Da ist ein Lippenstift. Da. Mal gucken. Ja, das waren ein Lidschatten, soweit ich mich erinnere. Ich hatte den mal bei einer YouTube-Ball gesehen und habe mir die, glaube ich, bestellt. Weil ich das so toll fand. Er ist aber nicht besonders deckend. Aber trotzdem. Besser zu sehen. Das ist auch ganz schön. Ein bisschen intensiver kann man ja gehen. Oder? Brennt ein bisschen. Hoffentlich ist der Glitzer nicht auch so unfreundlich und geht mir in die Augen. Ist aber gar nicht schlecht. Bleibt immer hier liegen. Und was haben wir hier? Einen offenen wieder. Der ist von Cien, von Aldi. Da müssen wir den Deckel finden, weil die Farbe gefällt mir auch sehr gut. Einen Pinsel. Können wir immer gebrauchen. Noch einen Pinsel. Und hier habe ich noch einen Eyeliner. 18 Stunden Super Last Deep Black von Essence. Ich muss den Nippenstift gleich mal abmachen. Gucken, ob der noch malt. Ja, der malt. Wollen wir den uns mal drauf machen? Ich wollte mich doch nicht schminken. Mach ich das doch. Und denke, die Vergrößerung hier ist so kacke, weil die ist zu klein. Ich sehe nichts. Und meine Augen sind auch gerade total verschwommen. War wieder zu viel Stress heute. Uh. Ich sehe nichts. Was soll ich machen? Ich sehe nichts. Ich habe den Pippeat voll gemacht damit. Ich kriege nicht wieder ab, das Zeug nachher. Oh mein Gott. Hier sehe ich noch weniger. Ich hoffe nicht, treffe ich überhaupt. Mein Ohr bumm, 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 bumm. Wird wieder stärker in letzter Zeit. Wahrscheinlich, weil der Stresspegel steigt. Nee, das habe ich jetzt hier gerade nicht gut gemacht. Den habe ich nicht so weit nach unten gemacht, den Niedstrich. Äh. Äh. Ja, da auch, ne. Ohne Maskar sieht das ja sowieso doof aus. Ich kenne ja jemanden, der trägt nur einen Eyeliner, ne. Ohne Mascara, ohne alles, trägt nur den Eyeliner jeden Tag. Wie findet ihr das? Ich finde ja immer, der Eyeliner macht mein Gesicht, meine Augen zu klein. Also, ich finde, das drückt meine Augen nach unten. Ich habe früher auch keinen Eyeliner getragen und deswegen, ähm, ja, aber... Das ist schon was anderes, ne. Warte, guck mal, der geht nicht ab. Weniger war denn das? Ich glaube, der hier, ne, aus China. Ja, den sind wir jetzt hier mal so mit Eyeliner am Start, alles klar. Ja, mal gucken, was wir hier noch Schönes finden. So. Hier ist... Was ist das? Hä? Was ist das denn, Leute? Ah, ich glaube, das war mal irgendwie so ein Eyeliner-Dings. Da kann man... Oder, oder, ja, genau, da kann man sich das so stempeln. Wisst ihr, was ich meine? Da geht ihr in, ähm, geht ihr da rein in den Eyeliner-Pott und dann kann man sich das so, so stempeln, glaube ich. Ich glaube, so, so, so funktioniert das. Habe ich mir mal gekauft. Ich kann mir mal ausprobieren. Okay, lassen wir mal hier liegen. Gucken wir mal, wie das funktioniert und dann schauen wir mal. Ich habe hier noch einen. Hat... Wieso, wo kommen denn die ganzen Dinger her? Okay, hier ist noch einer von dieser Firma. Vokalur. Ich kenne die gar nicht. Ich bin wahrscheinlich wieder zu blöd. Hier sind auch überall meine Perückenhaare dran, ne? Die sind aber beide braun. Beide auch nicht so schön. Der geht noch, ne? Aber der braun ist ja richtig fies, also. Ne, aber ich mache mir das nicht drauf. Die gehen so schwer ab. Das ist hier einer von Max Faktor. Den habe ich mal bei, äh, in diesem Sonderpostenladen geholt. Und muss man den auch anspitzen, oder was ist damit? Ne, ne? Und wieso kann man den nicht aufdödeln? Das geht auch nicht, dass man den nicht aufmachen kann. Aber der ist auch nicht so schön. Der ist sehr glitzerig. Ne, der ist sowieso nicht schön. Brauchen wir uns keine Mühe mitgeben. So. Ich muss mal kurz gucken. Moment. So, bin wieder da. Hier haben wir noch so ein Augenbrauen-Cut-Ding. Wenn wir schon mal in der Hand haben, können wir ja mal cutten hier. Ich sehe aber nichts. Wie gesagt, mein Dings ist hier zu klein. Ich sehe so gut wie gar nichts. Kann ich nicht mit Brille besser gucken? Ja, geht besser mit Brille. Ich wollte auch meine Augenbrauen färben, aber ich habe mein Farb-Set nicht gefunden, leider. Aber ich sehe so gut wie nix, ne? Dann hat das ja keinen Wert. Der schneidet auch nicht gut. Also lassen wir es. Egal. Wieder rein. So. Was ist das? La Rocher-Posay Laboratoire Dermatologie. Lippenstift, ne? Nee. Ah, das ist so eine Probe. So eine Mascara-Probe. Wo habe ich die denn her? Auch in der Box, glaube ich. Aber die malt nicht mehr richtig. Die ist schon ziemlich lieber. Naja. Ne, die malt ja fast gar nicht mehr. Shit. Egal. Tun wir wieder rum. Und noch einen von Astor. Wieso habe ich den? Nämlich doch bestimmt auch mal in einer Box gehabt. Oh nein, der ist richtig kaputt. Matschig und egal. Was ist das? Matte Eyeshadow Cream. Von PS, von Primark. Ja, kann man auch machen, ne? Ach, Leute, wir haben so viele Dinge hier. Und wir probieren das alles gar nicht aus. Deswegen habe ich ja hier jetzt das aufgemacht. Hier habe ich noch was von, auch von PS. Der war mal runtergesetzt von Primark. Der riecht sogar nach Vanille so ein bisschen. Sag mal, was ich nicht alles habe hier. Und der ist auch von Primark. So was ähnliches habe ich letztes Mal auch gesehen. Das dürfte Eyeshadow sein. Ja. So was ähnliches habe ich letztes Mal gesehen. Und noch nie aufgemacht. Ich glaube, ich kriege Dinger. Der ist noch verklebt. Der ist doch gar nicht benutzt. Oh, ich bin echt zu. Schusselig mit solchen. Was ist das? Ah, das ist noch eine von Judith Williams. Eine Mascara, die hatte ich mir gekauft. Die fand ich auch ganz gut. Ich glaube, sogar, ich habe die nachgekauft. Dieser Primer, keine Mascara. Den Primer habe ich mir nachgekauft. Und der funktioniert sogar noch. Guckt mal. Der funktioniert noch. Das können wir mal nächstes Mal ausprobieren. Ich glaube nämlich, dass ihr das alles noch... Dass sich das noch kriegt alles. Hier haben wir noch einen Augenbrauenstift. Augenbrauenstift mit zwei Seiten. Den habe ich mir mal gekauft. Ich erinnere mich noch dran. Das müsste von Essence sein. Styling Pen für die Brows. Just Cosmetics. Nee, doch nicht. Keine Ahnung. Den lasse ich auch mal hier liegen. Man, jetzt haben wir aber richtig viele Sachen, die wir hier ausprobieren. Hier habe ich wieder was von Primark. Ja, also wir sind voll ausgerüstet mit. Ich muss mir mal hier so einen Lippenstift, so einen Lippenstifthalter hin tun. Dann kann ich die da alle reinpacken. Ich habe sogar noch eine Halterung da hinten. Den werde ich, die werde ich mal eben holen. Ui. Moment, ich komme gleich wieder. Ich habe jetzt hier solche Halterungen und hier sind sogar noch mehr Lippenstifte drin. Von Essence einer. Ich glaube, meine Enkelin war da dran. Die sehen alle nicht mehr so lecker aus. Hier habe ich noch einen von Essence. So einen Kiske-Döns. Mal gucken, der sieht so hinüber aus. Ich glaube, Enkelchen war da dran, aber egal. Lassen wir mal hier drin. Die werde ich jetzt alle hier reinstellen. Soweit es geht. Ich habe noch eine davon. Das ist mal egal. Und dann würde ich sagen, wir packen mal die ganzen Lippenstifte hier rein, die wir hier eben gefunden haben. Ist zwar nicht so richtig für Lippenstifte, aber schon ungefähr. Da wollte ich noch den Deckel suchen. Und hier ist auch noch ein Lippenstifte. Hier sind auch noch ganz viele drin. Ich habe ja ganz viele von Maybelline von der Sorte. Und hier sind auch noch Lippenstifte und hier sind diese beiden komischen braunen Dinger. Die ich mal hier mit rein. Hast du aber nicht rein. Also dann werden wir die ganzen Sachen hier alle reinpassen, die wir jetzt hier so erfinden. Hier ist noch einer von Lipp, von Cien, von Aldi, natürlich auch hier rein. Hier ist noch einmal dieser Primer von China, den ich mir immer bestellt habe. Das sind diese Härchen, die man dann, die man sich an die Wimpern macht und die dann mit Mascara drüber geschmiert werden. Mit der Kombi, da gibt es ja dann auch noch diese andere Mascara davon, diese hier. Genau, diese beiden machst du dann zusammen und dann gibt es diese riesen Lashes. So, dann habe ich hier noch einen von Max Factor, den mochte ich aber nicht so gerne, weil das passt hier noch zwischen vielleicht. Hier ist noch einer von PS. Dann auch da rein. Und hier ist noch ein ganz alter von Maybelline, so eine Mascara, die kann noch gar nicht mehr gut sein. Aber funktioniert immer noch, ne? Lippenstift von Anastasia Beverly Hills. Ich weiß, wo der herkommt, weil dafür gebe ich sicher kein Geld aus. Deswegen, keine Ahnung. Was haben wir noch? Ein Labello. Hier ist noch so ein Ding mit da. Von Catrice. Werde ich mal anspitzen. Und ihr seid schief, ne? Was soll ich denn noch nicht machen? So. Werde ich mal anspitzen und mal gucken, ob mir der gefallen würde. Der ist ja schon relativ aufgebraucht. So viel Sachen, ne? Ich wollte mich eigentlich gar nicht schminken heute. Das ist nämlich schon abends, Leute. Mein Lippenstift hängt da immer noch, ne? Aber der geht, ne? Der ist eigentlich ganz schön, wenn er nicht abbrechen würde. Deswegen. Ja, nee, den werde ich mal hier hinschauen. Und mal gucken, ob wir den noch richtig angespitzt bekommen. Was habe ich hier noch? Auch ein Eyeshadow wahrscheinlich. Ja, auch von Primark und habe ich noch gar nicht aufgemacht, ne? Können wir mal sehen. Was ist das? Auch aus China könnte ich mir vorstellen. Stell ich mal dahin. Noch ein Eyeshadow. Ja, das ist der gleiche wahrscheinlich, den wir eben hatten. Von Catrice. Oder ist das nur mal heller, ne? Ich glaube, der ist heller. Ja, Leute, da haben wir jetzt wieder viel zu tun, wir hübschen. Schön, ja. Aber jetzt habe ich keinen Bock mehr, noch ein Beauty-Video abzudrehen. Das macht der Borbe, Leute. Egal. Ja, schön. Der guckt auf jeden Fall hier in alle Ehren. Und dann habe ich noch einen von PS, auch so ein rosa, eine rosa Geschichte. Was ist das? Ah ja, das ist einer von Catrice. Das ist alles Perückenhaare, ne? So ein Matte Velvet-Kram. Die hier haben richtig gut gehalten, kann ich euch schon mal so spoilern, führ ich hier hin. Dann haben wir einen von Yorah Cosmetics, einen ganz knallroten, nagelneu, noch nie richtig benutzen. Nur Haare sind dran. Rot trage ich fast gar nicht. Und noch so ein Ding hier, bestimmt aus China oder so, wieder. Die malen aber relativ gut, das ist ganz orange. Die halten auch richtig gut, keine Ahnung warum. Und hier hatte ich mal so ein Mini Lipstick Set, so ein Mini Lipstick Set von Action, glaube ich, habe ich den mal gehabt. Fand ich auch gut. Was ist das denn schönes hier? Auch aus China, glaube ich. Das ist was braunes. Ja, mein Gott. Und hier ist noch so ein Stift für Long Lasting Eye Pencil. Ob der nun noch Funktionuckelt? Ja, ah, der Funktionuckelt noch. Guckt mal. Gut, tun wir auch da hin. Freut mich, dich kennengelernt zu haben. Hier ist auch noch einer, ein Eyeliner in Braun von Bourjois. Den gibt es, glaube ich, auch gar nicht mehr überall. Ziemlich dunkel, ne? Ihr lang wollt euch wahrscheinlich, wollen wir Schluss machen? Können wir am nächstes Mal weitermachen. Einen habe ich hier noch. Und dann hören wir auf. Oh, ich bin auch lange nicht durch, ne? Eure Kamera ist auch komisch jetzt. Wieso ist das, hat sich das jetzt so verändert? Eigenartig. Und das ist so einer hier, ich glaube, der war New Well Skin Nature. Ich glaube, den habe ich mal aus der Türkei mitgebracht, bin nicht sicher. Ich glaube, den habe ich mal in so einen Billigladen aus der Türkei geholt. Gut, so, das war's. Jetzt habe ich hier schon mal eine richtig schöne Lippstift-Sammlung, aber den Deckel nicht gefunden. Da würde ich aber eben noch mal gucken, ob ich den nicht noch mal hier irgendwo tue. Das wäre ja schade. Das wäre ja schade. Hier ist er. Also drauf damit. Und gut, es ist auch noch einer von, weiß ich nicht, ganz hellrosa von Lipstick von, keine Ahnung. Tue ich auch mal hier rein, passt nicht, nein, doch, passt. Gut, dann machen wir nächstes Mal weiter. Wir haben noch richtig viel vor hier, aber ich würde sagen, für heute wieder einmal genug. Und ich stelle mal meine Sammlung, oh, jetzt habe ich mich geschnitten an dem Ding, der blöd kann man denn nur sein. Und ich würde sagen, dass wir jetzt erst einmal hier Schluss machen. Aber der Vlog ist noch nicht zu Ende, nicht ausmachen. Ich habe nur keine Lust mehr jetzt, um mein Zimmer hier sauber zu machen, was womit der da doch schön ist, dann zusammen erledigen. Aber ich finde gerade, dass mir der Eyeliner gut steht, so in der Kamera, der sieht eigentlich gar nicht schlecht aus, Leute. Gut, dass wir mal drüber gesprochen haben. Aber das drückt doch meine Augen, ne? Also es sieht doch einfach kleiner aus, oder nicht? Ich weiß nicht. Naja, ich werde jetzt mich mal hier sauber machen, wie da soll ich mich schon mal wieder abschminken. Ich würde mal sagen, ja, weil es ist schon echt spät. Mal gucken, ob das hier mit abgeht, mit diesen Baby-Abschminken-Gesichtstüchern. Das können wir nochmal eben zusammen machen. Lassen wir das mal einwirken, weil das soll ja so ein 18-Stunden-Ding sein. Ich glaube, der kommt gerade an seine Grenzen, dieses Tüchlein hier. Naja, er macht es ab, ne? Ist ja jetzt nicht so, dass er nichts schafft und nichts abbekommt. Also er macht schon was, aber nicht so richtig. Wir können ja auch einen Abreiniger nehmen. Ich habe hier einen von Balea. Den schütteln wir mal ordentlich. Und dann trinken wir das Ganze damit. Und dann geht das bestimmt ab. So. Ja, geht zumindestens besser, ne? Hier auch. Nicht ganz, aber... Mal noch drauf. Mann, geht nicht ab. Ne, nicht. Nein. 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 Ich habe keinen Lust mehr, Leute. Ich würde mir noch mal einen Tuch von Balea im Moment. Mal gucken, ob das jetzt abgeht. Und jetzt mal richtige Abschminktücher. auch nicht wirklich, ne? Auch nicht wirklich, ne? Mann. Aber ein bisschen. Ich glaube, jetzt kann ich mich wieder angucken. So. Gut. Dann ist wieder alles gut. Gut. Mann. Gut. Dann ist wieder alles gut.